erkenne deinen wert und deine werte und um diesen zu erkennen darfst du dir natürlich zu jeder zeit bewusst machen wie wertvoll du bist dass du extrem wertvoll bist und vor allen dingen was du für andere menschen bist bist du ein impuls bist du ein lehrer bist du ab und zu ein arschengel auch das ist möglich das heißt ja dass du einfach die themen des anderen triggers und wenn der die botschaft die lernaufgabe dahinter erkannt hat dann fällt der arsch ab ich mein es nur positiv transformatorisches vokabular und da bleibt der engel übrig also werte einfach ein menschenspezialist schau was brauchen die menschen was kann ich tun um anderen ein impulsgeber zu sein um eine botschaft zu verbreiten das war ein ganz kurzer impuls von mir eure steffi